Hallo und schlechtlich willkommen zu meiner Kanalanalyse vom Kanal der Bundesregierung. Wichtig! Dieses Video richtet sich nicht gegen die Parteien oder die Politiker der Bundesregierung, sondern nur auf die derzeitige Präsenz der Bundesregierung auf YouTube. Ich werde euch zeigen, warum der Kanal schlecht ist. Muhahaha? Hier haben wir mal ein Video, in dem die Kanzlerin sich erstmal mächtig feiern lässt. Klicken wir auch gleich mal darauf. Nun können wir aber feststellen, dass man hier nicht einfach so seine Kommentare unter die Videos schreiben kann, da diese vom Uploader erst genehmigt werden müssen. Damit werden ungünstige Meinungen aus Sicht der Regierung unterdrückt. Schlecht, Muhahaha? Für eine funktionierende Demokratie braucht es aber auch Leute, die eine gegenteilige Meinung kundtun können. Dies wird leider durch diese Maßnahme auf YouTube verhindert. Diese Maßnahmen betrifft auch andere Videos der Bundesregierung, wie es hier nochmals zu sehen ist. Schlecht, Muhahaha? Ein weiterer Fakt, der mich stört, ist die Tatsache, dass man keine Kanal-Kommentare hinterlassen kann. Schlecht, Muhahaha? Auch findet man hier einen Verweis auf die Bundeswehr. Und die ist meiner Meinung schon viel zu präsent auf YouTube, wenn man bedenkt, dass die meisten YouTuber nicht älter als 14 sind. Schlecht, Muhahaha? Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Also gebt mir einen Daumen runter. B.S. eure Videos sind schlecht, Muhahaha?